DW Deutsch lernen mit Nachrichten Dienstag, 1. September 2020, 9 Uhr in Deutschland. Umstrittene Corona-Massentests in Hongkong. In Hongkong haben die Behörden mit Massentests auf das Coronavirus begonnen. Die Teilnahme ist freiwillig. An der Aktion sind Ärzte und Firmen aus Festlandchina beteiligt. Dies schürte Sorgen in der Bevölkerung der Sonderverwaltungszone, dass die Regierung in Peking über die Tests, Daten und DNA-Informationen von Hongkongern abschöpfen könnte. Vertreter der Pro-Demokratischen Bewegung riefen daher zum Boykott der Tests auf. Seit Beginn der Registrierung meldeten sich rund 500.000 Menschen an. Dies sind allerdings nur etwa 7% der 7,5 Millionen Einwohner von Hongkong. Maduro begnadigt mehr als 100 Oppositionelle. In Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro 110 Oppositionsabgeordnete und Vertraute seines Widersachers Juan Guaido begnadigt. Die Entscheidung sei im Interesse einer nationalen Versöhnung gefallen, erklärte die Regierung in Caracas. Zu den Begnadigten zählt unter anderem Guaidos Kabinettschef Roberto Marrero, der im März 2019 wegen Terrorismus inhaftiert worden war. Die Begnadigungen erfolgten drei Monate vor geplanten Parlamentswahlen, die die wichtigsten Oppositionsparteien boykottieren wollen. Guaido hatte sich im Januar 2019 selbst zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt. Die Demokratiebewegung in Belarus hat die Gründung einer Partei angekündigt. Die neue politische Kraft solle den Menschen, die Veränderungen in Belarus wollten, eine Heimat geben, sagte die führende Oppositionelle Maria Kolesnikova in einer Videobotschaft. Die Partei werde Vmestje auf Deutsch Miteinander heißen. Kolesnikova hatte eng mit der ins Exil gegangenen Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja zusammengearbeitet. Die Opposition erkennt den im August offiziell verkündeten Wahlsieg von Staatschef Alexander Lukaschenko nicht an. Polen akzeptiert deutschen Botschafter. Nach monatelanger Wartezeit hat die polnische Regierung dem Amtsantritt des designierten deutschen Botschafters in Warschau, Arndt Freitag von Loringhofen, zugestimmt. Das bestätigte Polens Vize-Außenminister Simon Schinkowski-Welsak. Der deutsche Diplomat hätte seinen Posten eigentlich längst antreten sollen, doch gab es Vorbehalte gegen den 63-Jährigen wegen dessen familiären Hintergrunds. Sein Vater, Bernd Freitag von Loringhofen, diente 1944 und 1945 als Adjutant in Adolf Hitlers Führerbunker. Hamas und Israel vereinbaren Deeskalation. Nach intensiver Vermittlung Katars hat die im Gaza-Streifen herrschende Hamas eine neue Waffenruhe mit Israel verkündet. Die Attacken mit Brandballons auf israelisches Territorium würden komplett eingestellt, verlautete aus Kreisen der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation. Die israelische Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete teilte ihrerseits mit, der als Reaktion auf die Angriffe geschlossene Grenzposten Kerem Shalom werde wieder geöffnet. Auch Treibstofflieferungen in den Gaza-Streifen würden wieder erlaubt. Welthandelsorganisation hat keinen Chef mehr. Inmitten der Corona-bedingten weltweiten Rezession ist die Welthandelsorganisation führungslos geworden. Der bisherige WTO-Generaldirektor Roberto Azevedu räumte, wie angekündigt, zum 31. August seinen Posten. Er wechselt zum US-Konzern PepsiCo. Wer Azevedus Nachfolge antreten wird, ist nach wie vor unklar. Bisher haben sich acht Kandidaten beworben. Doch die US-Regierung will unbedingt einen Amerikaner ins Amt hieven. Das wiederum trifft auf den Widerstand aus China und Europa. Dadurch droht ein monatelanges Führungsvakuum an der Spitze der WTO. Soweit die Meldungen von Dienstag, dem 1.9.2020.